Jungs, was geht ab? Heute kommen wir zu den drei lustigsten... Bruder, warum erzähl ich das? Ihr seht doch Titel, amanaquim. Ich sag euch ehrlich, ich mag es nicht, wenn YouTuber am Anfang... Ja, nee, die reden zehn Jahre, was die jetzt machen. Aman, wir haben Titel gelesen, mach! Das erste Spiel, was wir zocken, ist Rec Room. Seid ihr bereit? Ich schon. Eins, zwei, drei. Ey, oha, Jungs, was geht ab? Ich bin hier in Rec Room, Bruder. Guck mal der, du kleiner Hund. Jetzt geb ich den osmanischen. Amanaquim. Bruder, ich bin Kind, Wallah. Auf jeden Fall, Bruder, ich dachte mir, ich nimm mal dieses Spiel rein. Ich weiß gar nicht, wie das abgeht, wir gucken einfach. Dann, Ole, machst du Deutschlandflagge, musst du hier rot machen, du Vollidiot. Hier. Was? Nein? Oha, wie wütend, oha, wie wütend. Guck mal jetzt, was ich mache. Türkei, Türkei, Türkei. Das ist wunderschön für Türkei-Flagge. Guck mal, der ist so wütend, der macht andere Gemälde kaputt. Ey, nein, der kackt ab, Bruder. Tut mir leid. Bruder, es tut mir leid. Ich helfe ihn, warte mal. Ey, wo, yo. Ey, hä? Ich glaube, ich habe es schlimmer gemacht. Ich gehe hier raus. Was geht, Bruder? Was geht? Ey, gib mal deine Knarre, du Vollidiot, Bruder. Ey, schieß nicht, bitte. Schieß nicht, Bruder, ich ergebe mich, du Hund, du. Gib mal diese Waffe. Bruder, was hast du für... Oh mein Gott. Gib mal bitte einen Ball, gib mal Ball. Geh mal zur Seite. Dickes Ding. Was, Bruder, du redest durch... Hast du Headset von pakistanischen Laden gekauft? Ich höre dich nicht. Gib mal diese Ball. Nein, nein, gib mal diese Ball. Bitte. Gib mal diese Ball. Oh, was ein Profi, Alter. Muss so werfen gerade. Ey, tschüss. Walla, tschüss. Was ist das jetzt hier für eine Show? Was willst du denn? Geh mal weg von mein Gesicht, Bruder. Ich hab dich auf TikTok gesehen. Das ist die Frau von TikTok. Kennst du die? Kennst du die? Ja. Was machst du hier? Erzähl mal. Keine Ahnung, ich chill hier halt so Zeitvertreiber und so. Magst du Ausländer? Nein, ich bin nicht in der AfD. Warum frage ich denn das? Geh doch mal weg mit deiner Uhr, Bruder. Ey, gib mir Tschak, Amina, Röhm. Gib mir Tschak. Wai, Amina, Tschachtem. Gib nochmal. Jungs, die Uhr läuft. Salamu alaikum. Was soll ich denn jetzt machen? Hier soll ich eine Karte ziehen, oder was? Und ich muss das malen jetzt. Ja. Guck nicht. Bro, ganz ehrlich, ich hab mich die ganze Zeit gefragt, was das heißt. A Spider? No, not Spider. Eine afrikanische Riesenspinne. What is that? Am Mönnestor. Das ist Türkei. Bruder, was ist das für eine Grütze, Bruder? Was ist das, Janne? Chick McNuggets. Oh, guck mal, Bruder. Ey, dieses Spiel macht mir Kopfschmerzen, Walla. Haus, Haus. Haus, Ruf, Türkei, Amina, Röhm. Make open. Siehst du, ich weiß, ich weiß. Das macht gerade Spaß. Doch, doch. Sag du ein Wort, ich find das raus. Sag mal, Amina, Röhm. Tschökei, Tschökei, Tschökei. Nächstes Spiel, nächstes Spiel. Sag mal, nächstes Spiel, Amina, Röhm. Mach ich, mach ich. Sag. Nächstes Spiel, keine Ahnung. Amina, Röhm. Sag, Amina, Röhm. Amina, Röhm. Sehr gut. Willkommen zu dem nächsten Spiel. Ich glaub, eines der schlecht programmiertesten Spiele der Welt. Boxen, Bruder. Der wollte schon nicht boxen. Komm, Miki TV, ich schau dich tot, Bruder. Was? Guck mal den an. Ey, Bruder, geht nicht so viel. Ich schau dich jetzt tot, Bruder. Oh. Ey, wau, kusen. Was geht? Hass ich dir. Komm, Bruder, alles cool. Hä, du hast mir noch gar nicht rausgegeben, du H***. Ey. Komm her, lan. Orus Buçojo. Orus Buçojo. Wen willst du? Box, komm, komm. Ey, fach ich ja fast mein Mikro, G***. Orus Buçojo. Orus Buçojo, leg dich. Komm, komm, komm. Komm, komm. Gib mal diesen Stuhl, gib mal diesen Stuhl. Ey, ich kann nicht mehr. Ey, ich hab mein... Ich hab fast meinen scheiß PC kaputt gemacht. Dieser verdammte Tobias... Geh mal, ich sehne. Geh mal. Danke. Danke. Oh, Jungs. Ich muss aufhören mit Zigaretten, Bruder. Ich muss aufhören mit Geros, Bruder. Bruder, gute Arbeit, lan. Gut gekämpft, Bruder. Das war nur Aufwärmen. Jetzt geht's los in Online-Match. 20 Minuten später. Jungs, seid mir nicht böse. Ich warte seit 10 Jahren, weil da niemand kommt. Sie kehren mal, mein Herr Ruhm. Komm, ich mach noch eine Runde. Diesmal ich ne Manny-Match. Nein, ich ne Logan. Wuhu. Respekt muss sein, Bruder. Respekt muss sein, Bruder. Pass auf dich auf, Bruder, jetzt. Ja, ja. Der geht auf Ding. Passt auf jetzt, wie schlau ich mache. Ja, ja. Und jetzt... Okay. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Wie willst du ficken? Wie willst du ficken? Apakat, Apakat. Hier, hier. Ewa, hier. Türkische, Osmanische Schelle. Osmanische Schelle. Ewa, hier, Bruder. Ewa, hier, Osmanische Schelle, Bruder. Steh mal auf, Bruder. Olam, was ist in deinem Kopf drin? Olam, geber... Hä? Setz mal hin. Setz mal hin. Was ist los? Ey, ich fetz mich gleich mit einem Ding. Computerwesen haben wir nach oben. Ewa, ich boxe ein bisschen auf G. Na, guck mal. Böse, man. Olam, hier, Osmanische, du Hund. Ewa. Nächstes Spiel. Salam Aleikum, Jungs. Heute sind wir Ärzte, Bruder. Gib ihm. Immer dieses Stift. Jetzt kann ich auch schreiben. So. Erster Patient. Erster Patient. Ja. Ja. Mhm. Scheiß drauf, ich bin Lehrer. Scheiß drauf. So, Ali, dann schauen wir mal, was du richtig hast. Falsch. Das ist unglaublich. Drei Punkte, zwei Punkte, fünf plus. Zeig das deiner Mutter. Zeig das... Ach, meine Rüben. Erster Patient. Herzoperation. Jungs, diese Herzoperation habe ich schon lange durch, Bruder. Kindheit. Haide, bismillahirrahmanirrahim. Salam Aleikum. Salam Aleikum, Bruder. Alles gut? Ich hoffe, dir geht es gut, Bruderherz. Ist der wach? Schläft der Patient? Oh, yo, kann ich YouTube-Vlog machen? Jungs, was genau? Heute bin ich hier, äh, ja, operieren, operieren. Ey, was mache ich hier, Bruder? Jetzt, jetzt. Machen wir diese Kamera weg. Wunder, Armin, was hast du da gegessen, Bruder? Das kriegen wir schon hin. Ah, nein, ist die Kiemen. Warte kurz. Ey, wie soll ich das aufheben? Ich bin... Da müssen wir wohl das nehmen, Bruder. Kein Problem. So. Keine Angst, Bruder. Spritze in dein Jarro. Nimm mal diese Spritze. Geht es dir besser? Land, äh, äh, schlimmer. Ey, Bruder, diese Spritze soll dir helfen. Brutalen Mord geschafft in gerade mal zwei Minuten. So, Bruder, du wolltest dir eine, äh, Beschneidung? Kein Problem, Bruder. Ja, Allah, Bismillah. So, Beschneidung, gewinn. Ja, Allah, hier ist dein Jarro. Gewinn, Bruder. Jetzt mache ich meine Arbeit richtig. Langsam. Ja. Ja, 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 wala, ich kriege das hin. Ohlum, ich mache von dem Mann die Rippe weg. Lange, kein Mensch würde das überleben. Gib mal diese Rippe. Brauchst du nicht mehr, Bruder. Schmeiß dich weg. Ohlum, wenn du mich abwagst, ich nehme deine Gedärme raus. Ja. Aha, das Herz. Bruder, brauchst du das noch? Ah, Bruder, was hast du gegessen? Bruder, hast deine Lunge, du Hund, du. Jetzt muss ich mit einem, ganz fein, mit einer Pinzette, ja, nee, Messer. Hä? Gib mal so ein Skalpel. Mann, Mann, ruhig. Gib mal dieses Skalpel. Ah, Bismillah. Langsam. Halt durch, Bruder, halt durch. Wie mache ich das ab? Ah, ich kann damit abmachen. Ohlum, der will nicht noch mehr leben. Ohlum! Hä? Ja. Ich brauche einen Hammer. Bruder, hier. Hä? Bin ich auf Ehren, habe ich was getrunken? Jetzt! Was passiert mit meinem? Wie mache ich das ab? Ich muss das aufschneiden. Ich habe gewonnen. Aha, Ballon! Boah. Ey, wenn das funktioniert, ist das krass. Ah, 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 ah! Soll ich jetzt noch mal machen? Auf gar keinen Fall. Ich habe einmal gemacht, diese Scheiße noch mal mache ich nicht. Ohlum, noch mal mache ich nicht. Stell euch mal vor, ihr seid beim Arzt. Aber nach oben guckt, so vor ein Fenster rein. Der macht einfach so. Brutalen Mord geschafft. Was laberst du? Ich habe den gerettet. Du Hund. Wie sieht das in diesem Video aus? Guck mal. Sie können bleiben. Ich dachte, ich habe... Oho! Ey, ich kann den noch ritten. Wollah, ich kann den noch ritten. Der ist tot. Da. Ah, man. Komm, ich bin weg, Jungs. Greater Kutaz. Yallah. Ciao. Wollah, ich bin weg, ich bin weg. Ich bin weg, ich bin weg. Also, wir spielen.